Hallo, Robert, Yachtschule Eichler. Thema elektronische Navigation. Es ist ein bisschen wie mit PCs. Alle glauben zu wissen, was funktioniert und ich würde vorsichtig behaupten von mir, ich beherrsche ungefähr 10% dessen, was der PC eigentlich an Leistung hergibt. Im Bereich elektronische Navigation verstehe ich deutlich mehr davon und kann diese Systeme wirklich optimal nutzen. Vor allem können wir sie konfigurieren, wir können sie justieren, wir können Fehler analysieren und wir können damit die Fahrtischiffe sehr sicher machen. Das vermitteln wir gerne in den Kursen elektronischer Navigation. Kleine Gruppen auf dem Schiff, mit Radar, mit elektronischem Kompass, mit Kartenplotter und entsprechend GPS-Navigation-Wegepunkte. Herzlich willkommen!